Moin Leute, jetzt zurück bei Wolfstein 2. Ja, müssen wir selber gucken, was ich jetzt überhaupt machen muss. Könnten wir damit hohe Regime-Kommandanten finden? Das haben wir bisher noch nie geschafft. Ja, ich weiß nicht. Das ist Frau Engels verdammte Tochter. Ich sag nicht, dass ich sie mag, aber die Daten könnten nützlich sein. Ich geh mal weiter. Ich viel gelaber grad. William, ich würde gern mehr Zeit mit dir verbringen, aber wir sind fast in New Orleans. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Okay. So, wollen wir uns hier mal reinsetzen, wahr? Greats Notiz zur Enigma-Maschine. Ja, ich sag selber, mein Stoppen selber lesen, weil zu viel. Enigma-Maschine drücken, um ein Tutorial anzusehen. Mit Hilfe der Enigma-Maschine kannst du die Position von Maschinenkommandanten auswendig machen. Wähle das Wofür eines Maschinenkommandanten aus und ein Schlüssel ist, indem du ein Gesamt-Enigma-Codes mit den zwei Code-Rädern abgleist. Gut, das war schon mal nicht so gut anscheinend. Was brauche ich denn da? Also das muss halt so aussehen wie oben. Äh, warte mal, ich muss mich irgendwie orientieren hier. Das ist ein Y da unten. Ach man, ich muss schnell sein, alles klar. Ja, lustig. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Da. Richtig? Richtig. Ich muss noch schneller sein. Nein, äh, 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 vier Dinger, vier Dinger, vier Dinger da. Äh, äh, äh. Tadaa. Tadaa. Okay. Das hab ich schon mal geschafft. Wir hätten ein Penthouse, okay? Den haben wir schon mal. Bunker, den haben wir auch. Was heißt, hier ist alles in Schlüsseln hier oder wat? Wir probieren's einfach mal. Ähm. Äh, 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 äh. Läuft von mir. Äh, äh. Äh, 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 äh. Ich seh's nicht. Ich seh's nicht, Leute. Ich seh's nicht. Ich seh's nicht. Doch, da. Egal. Lassen wir es mal so, wie es ist. Warum muss ich noch mehr entschlüsseln? Ich weiß gerade nicht. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Äh. So, Hauptmission. Gib Grace die euren Dienstunterlagen. Okay. Und dann Bezirksmission. Jage Maschinenkommandanten. Lege einen Kurs Penthouse-Bezirk fest. Okay. Ähm. Gehen wir erst mal zu Grace. Die Berichte sind höchst beunruhigend. Das Regime bringt alle... Hm. Grace. Grace. Stil voll Pfosten. Wenn Abby aufwacht, brech ich ihm das Genick. Hier sind die in Orleans unterlagen. Ach, tut mir leid. Hat einfach ewig gedauert, bis sie einschlief. Okay, los geht's. Die Ministerin der Öffentlichen Sicherheit, General Engel, will Amerikas Straßen von, Zitat, allen kriminellen und terroristischen Elementen befreien. Der Terroranschlag auf Roswell war ein Weckruf für das amerikanische Volk. Wir sind nicht so sicher, wie wir dachten. Später reden wir mit Hade Linde höchstpersönlich über ihr neuestes Filmprojekt. Die teuerste Produktion der Kinogeschichte. Die Jagd auf und Gefangennahme von Terrorbelly. Wir stellen der Regisseurin die wichtigste aller Fragen. Wer spielt Terrorbelly? Kann ein Schauspieler das reine Böse eines der größten Massenmörder der Geschichte darstellen? Zentrale, fünf Minuten. Meine Brüder und Schwestern, seit einiger Zeit höre ich von diesem Widerstandsführer namens Horton. Horton? Horton. Horton. Okay. Fensterbrett. Regenschirm. Horton. Klar. Horton und seine Leute haben sich in der Zone von New Orleans verschanzt. Aber der Mann hat wichtige Verbindungen zu den übrigen Resten des Widerstands. Blazkowitsch. Sie müssen da rein und ihn für unsere Sache gewinnen, okay? Das wird aber nicht so einfach. Das Regime hat eine riesige Scheiß-Mauer um New Orleans errichtet. Mit schwer bewaffneten Wachtürmen. Und die Küste ist komplett vermint. Da kommt das U-Boot niemals durch. Aber wissen Sie was? Scheiß drauf. Denn wir haben was anderes. Okay. Tut mir leid. Brauchten Sie das Boot? Ja, Sie Scheißer. Heheh. Anja. Sie und Wyatt dringen in den östlichen Wachtturm in Lakebourne ein. Entschärfen Sie die Minen im Kanal zum Lake Poncha Train. Dann steuern wir dieses Boot in die Stadt und holen alle Überlebenden an Bord. Das ist gefährlich hier. Du musst ganz leise sein. Wir müssen los. New Orleans zählt auf uns, meine Brüder und Schwestern. Hat er gerade LSD genommen oder was? Ich glaube schon. Geht ab mit ihm. Läuft bei ihm. So, wie gesagt, Speichern for the win. Ich werde oft gespeichern wahrscheinlich. Das wundert euch nicht. Schau, wenn ich hier oben abschneide. Das ist eigentlich noch ein Trieger. Ich habe schon lange nicht gespielt. Dementsprechend erwartet es zu viel. Du musst das immer gut auszusuchen. So nebelstunkel und so alles. So, New Orleans, Louisiana. 31. Juli 1961. Ja, bin mal gespannt. Da bin ich doch mal gespannt. So, da hinten muss ich irgendwie hin. Hier gibt es bestimmt auch überall Gold und so. Sie müssen unbedingt auf die andere Seite der Mauer. Suchen Sie nach irgendeiner Öffnung, durch die Sie ins Innere kommen können. Großer Gott, Captain. Ich sehe von hier oben kaum Zivilisten. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Ich könnte jetzt die ganze Gegend hier absuchen und dann schön Gold suchen und Sammelobjekte und sowas alles, aber dafür habe ich keine Zeit. Hoffentlich doch. Mal gucken, hier ist bestimmt was drin, oder? Ne, doch nicht. Schade. Ich brauche nicht gerade viel Amor, sehe ich gerade. Da oben muss ich hoch. Da gibt es viel zum Gucken, viel zum Mitnehmen wahrscheinlich. Aber ich gehe direkt weiter. Okay, liegen ein paar Sachen rum. Okay. Clear Feinde sind in der Nähe, alles klar. Viel Muni kann ich nicht aufnehmen. Concept Art. Was haben wir denn hier? Okay. Ja, schön. Oder auch nicht. So, hier sieht man ein bisschen, was ich noch schon habe oder nicht habe. Ist nicht so viel, aber ja, ist durch Spielen so reizt so wie erst mal. Weil, ja, ich will natürlich jetzt nicht nur Suchen und die Sachen aufsammeln, sondern ich will natürlich Spiel spielen. Wollte ich das nicht jetzt irgendwie aufmachen und irgendwas? Weiß ich gar nicht mehr. So, wie kann ich nochmal... ...waffen wechseln. So, also man kann die normalerweise auch irgendwie aufkriegen hier, die Kisten, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich habe es vergessen. So, Amor kann man immer gut gebrauchen. Weil wir schon mal so lustig sind. Obwohl, denn rennt einer rum. Nicht, äh, öffn, öffn, das Feuer? Nee, noch nicht. So, alarmiert. Läuft. Allerdings muss man mit der Steuerung, dass man wieder das Zeug kommen hier. Darf ich den jetzt erwischen oder sich verstecken? Das war gerade nicht so gut, wie gesagt, ich muss jetzt wieder einspielen. Upsi. Am besten läuft es echt immer, wenn man die unlockt, finde ich. Und dann alle nacheinander wegschnippelt, ja. Wie konnte ich das denn nochmal aufmachen? Da gab es doch irgendwo irgendwie so einen Trick oder wat? What? Wer schießt hier? Wer schießt hier? Komm, hier ist doch noch einer. Wie ist nochmal ein Waffenwechsel? Wo ist nochmal die Übersicht über die Waffen? Hm. Zehn Meter, ist mir einer irgendwo. Hä? Boah! Boah! Ach, wir kommen jetzt! Ich bin gleich tot. Ja, ich spiele gerade richtig Mist zusammen. So spielt ihr auf jeden Fall nicht. Das ist kein gutes Beispiel hier, was ich mache. Okay. Ja, gut, so macht man es nicht. Ich muss erst mal wieder komplett einspielen. Das ist gerade ganz schön komisch. Ich wusste eben nicht, wie ich zu der Waffen wechseln kann mit den Explosionsdingern. Sorry dafür, aber ich weiß es halt einfach nicht mehr. Ich weiß es doch nicht mehr. Ach man, hätte mich einfach zurückziehen sollen. So, fortfahren. Egal. So, geht es einfach noch los hier. Zack, zack, zack. Alles zerstören hier. Okay. Okay. So, kurz mit dem Speicher nochmal hier, ne? So. Neuer Anzug weg damit. Gut. So, feierabend hier. So, fuhr da. Äh, was war denn jetzt schon wieder? Alter, das Spiel ist echt nicht einfach, wenn man es schon gar nicht mehr gespielt hat. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ja, ihr müsst mir nur durch. Tut mir leid. Oh Mann ey. Ja, obwohl ich ausgeschlafen bin, kriege ich es nicht hin. Ah. Egal. Liesen. Nix lesen. Liesen. Nix lesen. Wie war denn echt nicht? Nei. 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 Und wo war der? Upsi. Nein, nicht schon wieder, es gibt es nicht, wie schwer ist denn das, ist die Schwierigkeit hochgegangen oder so, sonst muss ich die Aufnahme hier abbrechen, das wäre ein bisschen ärgerlich, aber so kann ich nicht spielen, das funktioniert gar nicht, wie ist das so schwer geworden Alter, was los, um die zu würde ich jetzt irgendwas kaputt machen, also den Controller zerdrücken oder irgendwas kaputt machen einfach, nervig. Ich würde gerne wissen, wo die auf einmal alle herkommen, das würde mich mal viel mehr interessieren, wo kommen die auf einmal alle her? Oh nein! So, ich speichere jetzt nochmal, egal. So, ich speichere jetzt einfach, auch wenn es euch jetzt gerade nervt, so oft wie ich gerade spiele, mich nervt es selber, aber es ist einfach so, warte, also ich hätte gerne mal irgendwie eine Granate oder so, ich weiß gar nicht, ob ich noch die Granaten habe. So, nochmal speichern. Oh. 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 Dann kommen sie gerade So Enigma, ok Jetzt gibt es auf einmal so einfaches, klar Na gut, so einfach war es nicht Wie ihr gesehen habt, habe ich ganz schön viel gefehlt Aber mein Gott, ey, es ist halt Wolfenstein, ne? So, nochmal speichern würde ich sagen Ah, da geht es gar nicht weiter Oh, hier Hier, jetzt kann ich natürlich noch die Dinger Oh, das auch nicht Ok, schade Hier gibt es ganz viel Loot, das ist meistens nicht so gut Perfekt Na, wir sehen uns gut Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten Ja So, was machen wir irgendwann Kann ich aufladen? Ja So So, alles, was er von hat Lässt mich nice Aber Heißt auch, wie gesagt, nichts Gutes Nichts, weil Looten kann, dann kommen da meist Gleich so eine Dinger hier Roboter-Technik oder so Deswegen nochmal speichern Laskovic Zum alten American Bank Gebäude Dort haben sich Horten und seine Leute verschanzt Finden sie sie, gewinnen sie sie für unsere Sache Die American Bank Als wäre der Dollar noch was wert Oh, ja Hm, wie komme ich denn jetzt ein bisschen hin? Wie runter? Da muss ich hin? Da sind schon welche Oh, das ist ein Hundi Wo ist eine blöde Hund hin? Darf ich da jetzt echt runter? Hätte mich gerade gesehen, hoffe ich nicht Hätte mich So, wie kann ich die scheiß Granaten werfen? Boah! Ähm... Ah, wasser war hier los, ja. Ah. Ist der kaputt oder geht der nicht kaputt? Ich glaube nicht. Zum Frage speichere ich ab, ich glaube ich nehme einen anderen Speicherpunkt. Ah. Okay, gut, den haben wir schon mal weggemacht. Super. Liefer engermaßen gut, würde ich sagen. Hier nochmal speichern. Aber nächstes Mal speichere ich erst am Speicherpunkt ab. Eigentlich müsste ich alle erwischt haben, oder? Ich glaube schon. Oder? Irgendwie zieht die Waffe nicht so wirklich, muss man eben eine andere nehmen. Ja, weg damit. Keine Zeit für. Ist das ein Ammo? Ammo meine ich. Ich habe gerade ein bisschen Schiss. Da wären wir. Ich kann die Tragödie nicht rückgängig machen. Aber die Verantwortlichen bestrafen. Boah, kommt da auf einer. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht weg. Oh, oh, oh. Boah, oh. Boah, oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh! Okay, nein, spion, 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 spion it for the win. Wo muss ich überhaupt hin, verdammt. Dahin muss ich hin, das ist klar, finde ich richtig. Oh, wo rennt hier noch einer rum? Ich renne jetzt die Tür auch einfach durch, wenn ihr gesehen habt. Oh. So, ich glaube das war's jetzt. Hoffe ich zumindest. Ja. Ich muss auf die andere Seite. Vielleicht hilft mir der Brückenkran, da der Brückenkran läuft. Brückenkran. Öh. So, sieht alles gut aus. Oh, wie komme ich jetzt zu diesem Brückenkran? Kann ich da durchrennen? Ne, kann ich nicht. Äh. Wie komme ich denn da jetzt hin? Boah, was war das? Das war mir ein schlechtes Gefühl, ja. So. 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 ist noch irgendwas drücken oder so wie komme ich denn da jetzt hin verdammte ich guck mal eben als tor noch ein bisschen gerade sorry ich muss hier irgendwo ein weg aufwärts sein hier hoch irgendwo da irgendwie hoch dann darüber oder umgekehrt da irgendwie hin perfekt ich sollte meine waffen mal aufrüsten das denn hier für ein lager das wäre im kreis gelaufen hier ist noch draußen aber natürlich nicht hin muss da oben immer noch hin wie komme ich denn dahin verdammt immer das kann ich so schwer sein dass ich finde hier spiele ich jetzt ich spiel auch gar nicht gut aber gut ich weiß nicht wo es hingeht das riesen problem gerade alles durchsucht ich komme nicht weiter unglaublich ich musste nur da oben zum kran und die gegner habe ich alle ausgeschaltet ich habe gerade komplett über fragt wo ich hin muss wir gefunden warum wie auch immer das ist ja echt sorry dafür aber wir bewegen uns jetzt vom turm aus weiter die minen sind entschärft wild geht voraus hatten gerade ein gefecht war knapp william ich weiß nicht ob das normal ist aber die schwangerschaft macht mich ein bisschen naja aufgeregt oh gott hören mich alle auf dieser frequenz ja 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 max has so hier probieren durchzukommen schnell wird das wahrscheinlich nichts ja 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 das ist ja schon mal ganz okay aus das kann ich wieder speichern jetzt eine granate wäre super wie kann ich zu den granaten wechseln kann das mal jemand sagen ich weiß nicht dann halt so sag es ich muss mich auf den weg freispringen Soll ich da wirklich raus? Ich habe das Gefühl, dass ich da nicht raus soll. Das scheint sich jemand zu wehren. Äh, wo muss ich hin? Ich bin einfach durchgerannt. Eine, ne? Hilfe! Eine Grenade geworfen. Ich habe das gemacht. Klettere die Leiter hoch. Klettere doch! Ich habe es, glaube ich, geschafft. Ja, Level verlassen. Oh, war das eine Aufnahme. Habe ich schlecht gespielt. Sind Sie Priester? Oh, das hier! Ach Gott, die Klamotten habe ich nur gefunden. Ich heiße Horton. William J. Blazkowicz. Blazkowicz? Terror, Billy? Höllenfeuer. Du solltest doch tot sein. Genau, Verstunden. Tja, Terror, Billy. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber was machst du hier? Abgesehen davon, dass du unsere Ärsche rettest. Ich bin vom Visenock-Kreis. Wir starten eine Revolution. Ist das so? Das hier ist der letzte Ort, an dem sich das Krebsgespür der freien Gedanken im ganzen Süden und darüber hinaus ausbreiten kann. Wir sind die Ausgestoßenen, die Mittellosen, alle, die keine gottverdammten amerikanischen Kleinbürger sind. Der Mann da, der sich gerade einen Drink genehmigt, das ist mein alter Freund Paris Jack. Paris Jack ist ein Schläger, ein Raufbold, ein echter Anarchist und ein genialer Klarinettist. Stimmt's, Paris? Ich blase nicht gerne ins eigene Horn, wenn du verstehst. Die Straßen sind ruhig, Horton. Niemand... Moment. Ihr? Alles ruhig? Das ist die Professorin. Mit ihren Glubschern kann sie einen Dreckfleck auf dem Arsch einer Kuh auf 100 Meter erkennen. Diese verfickten Regime-Wixer. Wenn die hierher kommen, reißen wir denen den Arsch auf. Mit Glanz und Gloria. Halleluja! Ihr seid gute Leute hier. Schließt euch uns an. Gute Leute können wir immer brauchen. Wie wollt ihr eure hübsche Revolution denn lostreten, Terror-Billy? Terror-Billy? Heilige Scheiße, er ist es. Hat die Regimetante sie nicht getötet? Scheint, unser Freund hat gefattert tot gesagt. Fick dich, Mann. Er ist beim Wiesenau-Kreis. Lebende Legende. Ich weiß, wer das ist. Oh, verdammt. Da kommen sie. Paris, ich bin irgendwie nervös. Würdest du dich drum kümmern? Ich seh mal, was ich tun kann. Also meine Ma sagte, trau keinem Mann, der keinen Whisky verträgt. Also setz dich, Terror-Billy. Entspann dich und trinkst anständig aus. Was zum Teufel ist das für ein Zeug? Old Horton's Special. Alter Schwede! Hör zu, Terror-Billy. Ich respektiere deine Ambitionen, aber es ist einfach zu spät, verstehst du? Die Welt ist total im Arsch. Alles, was uns bleibt, ist diesen Whisky zu trinken und darauf zu warten, bis wir draufgehen. Ich hätte nicht erwartet, dass sie so ein Feigling sind. Wir haben schon für eine Revolution gekämpft, bevor das Regime kam. Unsere Bürgerrechtsbewegung hat als erste Gleichheit für alle befürwortet. Kennst du das Konzept der Bürgerrechte, Terror-Billy? Nein, wohl nicht. Du bist nur ein Soldat, oder? Gumpel. Ich habe mein Leben für Freiheit und Gerechtigkeit in Amerika riskiert, während Sie und Ihre Künstlerfreunde überall Bolschewisten-Propaganda verteilt und gegen die Mobilmachung gewettert haben. Was nutzt Ihre verfickte Gleichheit, wenn Sie nicht den Mumm haben, für Ihre Leute zu kämpfen, wenn der Koyote schon an ihre Ausdür krankt? Wir stellten uns ihnen entgegen. Der imperialistischen Kriegsmaschinerie der Vereinigten Staaten von Amerika und den Geldgeiern der Wall Street, die die Kinder des Proletariats reihenweise in fremde Länder zum Sterben schickten, damit sie sich die Taschen füllen konnten. Es waren nicht ihre eigenen Söhne, die auf den verdammten Stränden bluteten. Nein, für ihre Drecksarbeit zogen sie Leute wie dich ein, während die Dollars reinströmten. Du bist eine Marionette kampflustiger Männer in edlen Anwesen. Ich habe den Scheiß durchschaut und wollte da nicht mitmachen. Und auch stehen Sie vor mir, bewaffnet. Jagen das Regime. So wie ich. Unterschied, Sie kommen zur Späzoparty. Hätten Sie mal Ihren Arsch bewegt, dann hätten wir den Krieg vielleicht gewonnen. Nur nichts für Schüttenhorten, der frisst sich direkt durchs Holz. Davon wirst du Blauterror, Billy, du aufrechter Handlanger der Eliten. Hören Sie mal, für diesen Scheiß habe ich keine Zeit. Sie müssen sich entscheiden, aufgeben und krepieren oder kämpfen. Ich will nicht mit dir streiten, Terror, Billy. Ich habe das Kämpfen satt. Ach, satt? Wissen Sie was? Ich kriege bald Kinder. Und niemals werde ich sie in eine weltvolle Regimearschlöcher großziehen. Also was seid ihr? Hinterweltlörische, degenerierte, besoffene, bolschewisten Feiglinge? Verdammte Verräter? Alles klar. Das ist das erste Mal, dass jemand nach mehr als einem Old Horton Special noch bei Sinnen war. Ich mag dich, Billy. Du hast Mumm. Na gut. Lass uns eine Revolution starten. Zeig's uns! An dem Hündchen arbeitete Ferris schon über einen Monat. Meine Fresse. Wie haben sie den getint? Auge auf, über Kabel gezogen, fertig. Ferris lernt schnell, ist clever und hat den gut. Also, wie ist der Plan? Du reitest ihn, Cowboy. Ja, Mann! Du reitest da raus, ziehst das Feuer dieser Pisser auf dich und wir schlagen uns mit allen Überlebenden zum Arten durch. Ist ja klar. Alles steht und fällt mit deinem Boot. Das wird dort sein. Wow! Ruhig! Ganz ruhig! Na, entschuldigen Sie bitte Ihr Zemperament. Horton, komm besser wieder hoch. Es wimmelt vor Regimesoldaten. Test, Test. Alles bereit, Terrorbilly? Viel Spaß! Ja, was geht hier ab? Aber, das sehen wir jetzt in der nächsten Folge hier auf diesem Channel. Sorry für mein Play, ich hab echt scheiße gespielt, aber so ist es leider. Hab das Spiel schon lange nicht mehr angehabt, da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Aber, ich hab's trotzdem irgendwie geschafft, durch Rennen läuft. Und dann erstmal danke fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Blitz. Reingehauen und Tschüß!